Also meine Botschaft ist an die regenerativen Energien, auch an die Windenergie. Sie wirbt ja immer damit, dass sie für Nachhaltigkeit ist. Das ist ja auch richtig. Aber zur Nachhaltigkeit gehört auch, dass man ein Arbeitgeber ist, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achtet. Und die Achtung von Erwerbsarbeit wird einmal durch ihre Bezahlung ausgedrückt, aber auch darüber ausgedrückt, dass die Arbeitnehmer echte Mitbestimmung in den Betrieben haben. Und deswegen finde ich, wer mit Nachhaltigkeit wirbt, wie die Unternehmen, etwa der Windenergie, der muss auch für faire Bezahlung und für betriebliche Mitbestimmung sein. Und das heißt in Deutschland Betriebsräte.